Am heutigen Tage viel gesprochen in Ungarn, vor vollbesetztem Haus und das ist eine Spitzenübung. Er beginnt mit Querwandern rückwärts über das ganze Pferd, Längenachsendrehungen. Er benutzt die Pauschen gar nicht, erhöht damit die Schwierigkeit, Spreizflanken. Hier war er schon Sieger bei den Jugendwettkämpfen der Freundschaft, 83. Internationaler ungarischer Meister beim gleichen Wettkampf vor drei Jahren schon und zuletzt erster an diesem Gerät in Stuttgart beim Turnier. Und heute mit dieser Übung eine 10,0 und keiner konnte ihn mehr gefährden.